Endlich raus und ab in die Sonne. Was gibt es Schöneres? Die Sonnenstrahlen tun gut und bringen Energie, aber Vorsicht, die UV-Strahlung der Sonne ist nicht ganz ungefährlich. Das gilt übrigens für uns alle. Je mehr Sonnenbrände wir im Laufe des Lebens bekommen und insbesondere in jungen Jahren, desto größer wird das Risiko später an Hautkrebs zu erkranken. Darum ist es besonders wichtig, dass wir Kinderhaut vor der UV-Strahlung schützen. Im Vergleich zur Erwachsenenhaut ist Kinderhaut besonders empfindlich. Ihr Eigenschutz ist noch nicht final ausgebildet. UV-Strahlung kann leichter eindringen. Und wie kann der UV-Schutz der Kinder konkret im Alltag aussehen? Genau hier setzt das Sunpass-Projekt an, das wir jetzt ausführlicher vorstellen. Sunpass ist ein Gemeinschaftsprojekt der Krebsgesellschaft NRW und der IKK-Klassik. Es wird für Kitas in ganz NRW angeboten. Die Idee stammt von der Europäischen Hautkrebsstiftung. Mit Sunpass erfolgt Aufklärung und praktische Umsetzung von UV-Schutz dort, wo Kinder in jungen Jahren und ihre Familien zu finden sind, nämlich in den Kitas. Daher ist Ziel des Projekts, Kindertagesstätten beim Thema UV-Schutz aktiv zu unterstützen und zu Sunpass-Kitas zu zertifizieren. Hier in NRW haben schon viele Kitas erfolgreich und mit viel Spaß teilgenommen. Alle können stolz ein Zertifikat vorweisen. Wie sieht der genaue Ablauf für die Kitas aus? Die ersten Vorbereitungen finden im Herbst statt, also lange bevor der nächste Sommer kommt. Wer sich in Nachanmeldung im Sommer für eine Teilnahme am Projekt entschieden hat, der bekommt eine Einladung zu einer ersten Informationsveranstaltung. Hier erfahren die Kitas alles Wichtige zum Ablauf und zu den Inhalten von Sunpass. Im Anschluss erhalten alle Einrichtungen ihre Arbeitsmaterialien. Diese helfen den Kitas, sich auf die kommenden Monate vorzubereiten. Im Frühjahr geht es dann mit einer Informationsveranstaltung mit einer Hautärztin oder einem Hautarzt weiter. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher erfahren hierbei, worauf es beim UV-Schutz von Kindern genau ankommt. Nach der Informationsveranstaltung nähern wir uns dem Sommer und kommen zum Kern des Projekts, nämlich den Schutz unserer Kinder vor der Sonne. Aber wie lässt sich der UV-Schutz im Kita-Alltag leben und wie lernen unsere Kinder, dass sie sich vor der Sonne schützen sollen? Das geht ganz einfach und kann den Kindern leicht beigebracht werden. Mit Bilderbüchern, Ausmalbildern, Experimenten und Spielen lernen die Kleinen spielerisch sich zu schützen. Somit werden die Kinder selbst zu kleinen Expertinnen und Experten. Für kreative Beispiele lohnt ein Blick in die Sunpass-Materialien, die die Einrichtungen bekommen, wenn sie dann teilnehmen. Außerdem gibt es beim Sunpass-Projekt eine Sondenschutzvereinbarung. Durch sie ist festgelegt, wie UV-Schutz in der Kita umgesetzt wird. Zum Beispiel wird sich viel im Schatten aufgehalten, es wird sich durch richtiges Ankleiden vor der Sonne geschützt und die Kinder werden morgens eingecremt in die Kita gebracht. Erzieherinnen und Erzieher haben einen Blick darauf, dass die Schutzmaßnahmen auch umgesetzt werden. Alle wissen darüber Bescheid, natürlich auch die Eltern. Denn alle Erwachsenen sind Vorbilder, eine wichtige Orientierung für die Kinder. Nicht nur Erwachsene bieten Orientierung, sondern auch die UV-Schutz-Ecke. Sie ist ein wichtiger Teil von Sunpass. Sie wird gut sichtbar im Frühjahr in der Kita eingerichtet. Hier dreht sich alles um die Sonne und den UV-Schutz. Täglich wird dort der aktuelle UV-Index angezeigt. Das ist eine Zahl, die sagt, wie hoch die Sonneneinstrahlung an einem Tag ist. Je höher der Wert, desto mehr Schutz wird gebraucht. Die Kinder sind neugierig, jeden Tag den aktuellen UV-Index zu erfahren. Während des Projekts über die Frühjahrs- und Sommermonate dokumentieren die Kitas Aktionen wie Experimente oder Bastelarbeiten. Und bei einer Begehung vor Ort wird geschaut, ob die Sonnenschutz-Vereinbarung eingehalten wird. Ist alles erfüllt, steht der Auszeichnung nichts mehr im Weg. Bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Spätsommer erhalten alle erfolgreichen Kitas ihre Auszeichnung zur Sunpass-Kita. Aber noch wichtiger, alle blicken auf einen Sommer ohne Sonnenbrand zurück. Für gesunde Kinder und weniger Krebs in NRW. Wenn das nicht mal ein Ansporn ist, oder? Jetzt direkt anmelden und aktiv gesunden Sonnenspaß für Kinder gestalten. Die Krebsgesellschaft NRW und die IKK-Klassik unterstützen tatkräftig dabei. Informationen gibt es unter dem Link zu finden. Wir freuen uns auf die neuen Sunpass-Kitas.